herzlich willkommen leute zu einem neuen video hier im feuerwerksbereich in f1 haben wir jetzt hier von c4 die fuente grillos müssten jetzt auch kleine fontänen sein jawohl nehmen wir mal eine gelbe und eine grüne die ganze packung auseinander zitteln wir mal bin gespannt wow sehr intensiv ok kreckling extrem laut wirklich sehr laut für alle f1 wahnsinn danke fürs zuschauen leute bis zum nicht mehr ciao